Naja, jetzt ist erstmal hier Musik, es gibt Getränke, es findet im Plenum statt, was weiter damit passieren soll. Es sind ja zahlreiche Initiativen auch heute auf dem Kongress gewesen, zahlreiche Einzelpersonen sind da und die treffen sich jetzt, um zu beschließen, was mit dem Haus passieren soll, wie man es vielleicht auch in Notständen hält. Es wäre jetzt eine eher friedliche Sache, es ist keine militante Besetzung und wie man damit umgeht, wenn die Polizei auftaucht. Falls die Polizei auftaucht, vielleicht taucht die Polizei ja überhaupt nicht aus und es wird einfach nur eine lustige Party. Die Polizei ist relativ verwirrt. Also, sie kamen ja an und wollten da sofort rein und dann wurde ihnen klargemacht, dass sie ja eigentlich nichts zu suchen haben und das hat dann doch zu einer gewissen Art von Konfusion kurz erfüllt. Hier geht jetzt gar keiner runter außer hin, okay? Warum? Das ist doch unsere Party. Das ist unsere Party. Ich bin der Türsteher, gehen Sie jetzt bitte runter, lassen Sie jetzt bitte die Treppe. Ich denke, Sie haben mich verstanden, oder? Ich habe Sie verstanden, aber haben Sie mich auch verstanden? Ich habe Sie auch verstanden. Na, dann gehen Sie doch bitte runter. Also, ich habe sie друга kö balconen. Dann gehen Sie doch bitte runter. Dann können Sie doch herน die Person nach inertia-resласт auf und so Knechten. Vielen Dank.